Hi Freunde! Willkommen zurück in Crafty World! Ich muss gerade mal schauen wo meine Zwerge sind. Da ist einer. Ach wir haben ja auch nur einen. Okay. Ja, ja. So ist es eben. Immer kratzen irgendwelche Zwerge ab, weil sie zu doof sind, sich zu verteidigen. Einfach nur draufhauen und zu doof sind weg zu rennen. Was hat der jetzt schon wieder angreifen oder? Ach da. Ausrüstung, Leben ist voll. Ja, Begriffsscheibe, Knüppel, eine Spitzhacke, eine Axt und Eisenschief ist sehr gut. Rüstungen gibt es keine. Können wir dem vielleicht eine machen? Wir hatten zu viele Rüstungen und jetzt alles weg. Ach ja, die hier ist unser Stahl eben weg, was solls. Ähm, da. Ach, kacke. Gut, dann versuchen wir es mit dem da. Gut. So, jetzt bist du eigentlich schon ein bisschen ausgerüstet. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was wir machen könnten? Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso. Lager. Gibt es irgendwas, was man auf den Rücken setzen kann? Und... Nein, nur Bogenschütze. Sieb. Na gut, das ist von Magier. Aber für einen Schwertkrempfer gibt es nichts. Und da gibt es auch nichts. Das ist ja das mal so. Passt. Gut, dann greif an, wenn du unbedingt willst. Ich kann dir zwar auch prophezeiten, dass du sofort wieder abkratzen wirst, aber... Ist ja nicht mein Problem. So dämlich bist. Ja, was sage ich denn? Das ist ja nicht mein Problem. So, neuer Zwerg. Wer kommt es denn zu Ausstab? Nein, bewusst nicht. Ah, da. Schädel. Gut, das gibt es natürlich noch nicht. Ach, der Pout hier auch noch. Das, was wir nicht haben. Ja, kratz ab, du Sack. Gesicht. Das ist ja nicht. Doofheit wird gestraft. Und zwar sofort. Oh, Mann. Ich glaube, wir machen hier einfach mal zu. Dann kommt keiner mehr raus. Wohl oben. Ach. Wenn die so doof sind, oben drüber zu gehen, dann sollen sie halt. So, jetzt heißt es erstmal warten, bis neue Zwerge da sind. Mal hoffen, dass die langsam mal die Türen weghauen. Und die Blätter. Was ich aber nicht glaub. Der Style ist ja wichtiger. Wir können noch ein paar von denen machen. So, da auch noch welche hin. Gut. Vielleicht holen die ja demnächst schon auch mal die ganze Richtung zurück. So, ja. Ach ja. Was soll's. Wenn ich wüsste, wie man Kohle auch anders herstellen kann, kann man doch bestimmt irgendwie mit Holz herstellen. Oh, wie? Hm. Naja. Vielleicht geht's ja auch überhaupt nicht heute so hoch. Keine Ahnung. Ja, macht weg. Und auch nicht. Achtung, Zwerg. Mach bloß ab. Jaa. Der kratzt jetzt natürlich auch wieder an. Was hab ich gesagt? Und fliegt natürlich wieder runter in die Hölle. Ach, da scheint. Da liegt noch eine Spitzhage. Da liegt auch noch ein paar Sachen. Liege ein paar Sachen. Da unten... Du siehst... Schlecht aufs... Na gut, da kommt ja wieder die Hölle. Hm, hm, hm... Ach, hier habt nichts zutun. Na dann... Niemals ein dummer Goplin. Ach, du Arschgesicht... Theoretisch können wir auch einfach die Türen umdrehen. Na, du Zwergchen, du dummes... Was haben wir denn? Wo ist das ganze Zeug hin? Das würde mich jetzt langsam echt mal interessieren. So, du bekommst nur Feuerpfeile. Nein, das nicht, das auch nicht. Wir hatten doch auch mal Lederschuhe, oder nicht? Hm, alles ins Feuer gefallen, so wie es aussieht. Ach du Arsch, Arsch! So, größere Stummen. Dann kommst du noch das Zeug da. Und dann noch drüber wieder. Was machen die? Badespaß im Puff. Gruppen... Bade... Irgendwas. Irgendwas. Selbst wenn wir jetzt da runterhüpfen... Ach, geht nicht. Schade. Wird bisschen schneller gehen. Als laufen. Ach, das Zeug liegt immer noch da. Und die Imps da oben sind so doof, das zu holen. Oh man... Oh man... Ja... Ja... Mecker nicht. Ich hoffe, da kommen wir vorbei. Ja... Gut. So, wie weit geht's da runter? Beziehungsweise, wie weit kommen wir? Bis da so... Ich glaube, da gibt's keine solche Lücke mehr. Nö... Hm... Müssen wir da oben was rein... Bogen... Da... Und hoffen, dass da nicht gleich wieder da runterfällt? Natürlich. Ist ja zu doof. Ach komm... Arschgesicht. Ups... Hehe... Wieso kann der da nicht rüber? So... Ja... Gut... Machst du mal das da hin... Das ist doch rüber... Machst du das weg... Und dann machst du da was hin... Ach, machen wir auch gleich doppelt so dick... Oder dreimal oder viermal so dick... So... Kann so ein dummes Viech auch nicht durchgraben... Ja... Du sollst nicht runterfliegen... Ach so... Da ist hier eins drin halten... Lassen wir's mal... Okay... Dann können wir den wieder befreien... Den wieder hoch... Fünf Leben... Wer bekommt noch was... Du bekommst was... Du bekommst was... Magier... Gut... Ja... Warte... Okay... Du kriegst alles... Besonders Gute... So... Und... Den Holzfäller... Schweiner... Magier... So... Jetzt könnte er auch noch was bekommen... Und der... Okay... Ja... Mach den glatt... Gut... So... Und wie weit sei hier da oben... Okay... Kann ja da auch gleich wieder... Sowas hin... Auf was hautet er jetzt... Auf was hautet er jetzt... Gut... Mach doch da was hin, du... Depp... So... Jetzt kommt da oben ein Portal hin... Jetzt geht's auch gleich wieder schneller... Ach... So... Na los, Martine... Na los, Martine... Wo bleibt ihr jetzt? Ach... Wie sind die jetzt da reingekommen? Keine Ahnung... Na los... Na los... So... Wenn wir jetzt wüssten, wie weit... Das da hoch geht... Das da hoch geht... Hm... 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 Na gut... da noch was hin... ok... da noch was hin... und... komm mal zu... Was bist du für ein Idiot, hey? Mann, 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 Mann... Wo bleibt der Idiot, jetzt wo er es zumachen soll? Kommt keine Sau... Na, endlich... da steht auch bloß ein Dorf in der Gegend... Oh, Mann... Komm, mach da zu... einer von euch... einer der nicht zu doof dazu ist... Die sind beide zu doof... der vielleicht nicht... Darüber... nein, natürlich nicht... Arschgesicht... macht es weg, wenn ihr zu doof seid, sonst nicht hinzukommen... Na komm, lauf... Was machst du... Arschi... und du? Ach, Mann, no... Ach, jetzt geht's... Mann, 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 Mann... Hat man so ne Dummheit schon mal gesehen? Oh, mach da die... Ach, mach da die... Ah, gut... und jetzt benutze... Gut... Dann kann man gleich noch die Tür da reinmachen... Und da rein, so. Wieso lauft ihr wieder runter mit der Erde? Seid ihr dämlich? Sieht wohl so aus. Komm jetzt her, du Depp. So. So, zeige ich dir jetzt, wie das geht. Hier was hin, da was hin, da was hin. Kannst du gleich wieder höher machen. So. Okay. Darüber das Gleiche. Und da ist zu. Und da nicht. Der macht es eh nicht, also. Naja. Oh, dann kann es die Depp hat gleich wieder was. So, ich muss warten, bis der fertig ist. Hm, 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 hm. So. Gut, so geht es doch viel schneller. Ach. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich glaube, das wird heute wieder eine längere Folge. Einfach mal höher bauen, mal sehen, wie weit es geht. Und je nachdem. Theoretisch könnten wir auch einfach nur nach oben bauen. Und dann würden wir hier automatisch sehen, wie weit es geht. Ach, jetzt habe ich wieder geklickt. Mann, 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 Mann. Machst du vielleicht da auch noch was hin? Da. Ach, schon wieder geklickt. Mann, 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 Mann. Ja, ich werde angegriffen. Wie schön. Könnt ihr dummen Zwerge ja wieder abkratzen. Ist ja euer Hobby. Hast du da hoch? Gut. Mal schauen, wie weit es hoch geht. Okay, noch weiter. Hm, 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 hm. Okay, daher geht es wohl nicht für. Mal schauen. Da geht es noch. Da geht es noch. Also, leider. Da geht auch was. Aber oben bleibt er nicht. Also, kann das wieder weg. Gut. Machten wir erst mal bis hier ungefähr. Okay, geh runter. So, das Zeug rücken wir jetzt nicht weg, super. So. Okay. Was hat denn der gemacht? Auf den Boden geflogen und dann wieder hoch geflogen. So. Und noch eine Etage. Den dritten könnten wir hier gleich auch so machen. Ist mal nicht runter geflogen. Auf den Arsch geflogen. Okay. Dann machst du da gleich wieder ein bisschen was hin. Aber nur mal das Ding da. Die Decke oder den Boden. Je nachdem von welcher Richtung man hinguckt. Ach, jetzt haben wir elf Zwerge. Sehr gut. Gleich aber nicht mehr. Noch elf Minuten. So. Ach. Gut. Dann wäre das schon mal getan. Kannst du da oben gleich auch noch was hinbauen? Ach, du sollst da hoch. Gut. Dann kommt Erde hin. So. Und da auch. Gut. Ach, nichts mehr übrig. Okay. Okay. Wie weit? Ja, gut. Das passt schon, denke ich mal. Ach, des Storch. Oh, Mann. So. Platz haben wir noch für ein paar solche Dinger da. Ach, die. Nein, doch nicht da. Von da. Oder? Ja. So. Dann können wir ja jetzt wieder... Ach, die brauchen vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung. Werder kriegt einen Knüppel. Du bekommst auch einen Knüppel. Du auch. Du auch. Ups. Das ist auch nichts. Ähm. Da passt. Da. Bogenschütze. Und... Knüppel. Da. Schwertkämpfer. Ja. Ach. So. Ja, gut. Macht platt. Okay. Okay. Achtung, Zombie hinter dir. Falls du es gemerkt hast. Okay. So. Lager. Was gibt's Neues? Goldschuhe. Hm. Na ja. Wer will schon Goldschuhe anziehen? Außer man ist ne Oberthussi. So. Da ist auch noch einer. Ähm. Magierkratzli. Ach, doch nicht. Gut. Wie viel... Wie viel Holz haben wir? Ich hoffe das reicht noch ein bisschen. Ja, gut. Da macht ein bisschen zu. Okay. Ups. Und hier könnt ihr auch zu machen. Kommt zwar nicht hin, aber was soll's. So. Kommt nach. Weg. Machen wir da, und da. Das passt schon. Gut. Zwergis! Kommt hier noch ein Portal... ...das wird auch reichen. 15 Minuten oder? Ja, 15 Minuten... Also, ja, ja... Da noch was hin... Und wo gammelt ihr jetzt rum? Seid alle beim Pennen? Gut... Da läuft noch einer... Und... Ach, so sind's... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Eins... Da ist gerade einer durch... Also zwei... Da ist er wieder... Und da sind zwei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben... Sieben... Wo ist die Nummer acht? Äh... P-p-p-p-p... Nummer acht... Spurlos verschwunden! Hm... Also nochmal... Ach, der Arsch vielleicht bis da unten gegangen... Ach, da... Haupteiner... Hey, du dummi... Geht doch einfach da hoch... Du bist zu dämlich... Ach, da wirst du gleich wieder abkratzen wegen der Spinne... Und auch nicht... Ach, ja... Na dann... Jetzt ist er tot, oder? Nein... Ja, mach mal das Ding da weg... Okay... Der geht jetzt schlafen... Und auch nicht... Okay... 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 Passt... Halbe Minute noch! Dann geht's ab hier! Werden die Zwerge wieder abkratzen... Ach, die hauen bestimmt leider durch... Aber auch nicht... Die Türen sind zu... Mal gucken, ob sie so mehr aushalten... Jetzt kommt da auch noch eine Fälle-Armee... Ja... Wird ja immer noch... Ja... Oh, Mann... Ich hoffe, der hat wenigstens Helme dabei... Ja, klar... Geh doch einfach da durch, ihr Idioten... Oh, Mann... Oh, Mann... Wir sind sowas von am Arsch... Ach, und jetzt kommen die Goblins natürlich auch noch... So, der Neue bekommt gleich mal was... Ach, sind die zwei Neue... Du bekommst Sturz und du bekommst Sturz... So... Ach, der ist doch eklig... Schon tot... Magierde... Ja... Da schlägt sich gut... So lange aber nicht in den Sack... Es geht... Hm, 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 hm... Ja, komm, mach den Goblin tot... Komm, weg mit dem Tod... Greif doch den Vorderring an... Greif doch den Vorderring an... Naja... Was soll's... Ja... Ach... Na gut, den Tisch nach oben... Oder so... Geht's eigentlich auch... Drei Zwerge... Sind übrig geblieben... Na dann... Und wieder einer gekommen... Na gut, dann... Jetzt mach die Röhr dicht... So... Da sollte ich vielleicht einmal abholen... Auch die Gritten... Und die andere Tür... Dahin... Dann... Komm... Acht auf das Ding da erstmal hin... Gut... Nutze... Nutze... Okay... Wie sieht's da oben aus? Ja... Könnt besser sein... Gut, Freunde... Das war's wieder für heute... Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß... Ich leider nicht... Und... Wir sehen uns morgen wieder... Tschüss...